Wunderbar, dass ihr alle hier seid. Auch meinerseits nochmal herzlich willkommen. Danke vorweg für all die Referenten. Ich bin überzeugt, dass wir einen außerordentlich spannenden Tag erleben werden. Es ist eine Referentenreihe, wie ich denke, wir es in dieser Wucht noch nie erlebt haben. Und darum ist es spannend bis zum letzten Moment. Nochmal herzlichen Dank, dass ihr dabei seid heute, auch dass ihr alle gekommen seid. Wir hatten Ruhe im Vorfeld, weil wir uns bemüht haben, diese Dinge so einzuladen, dass nicht die Presse die Ersten sind, die wissen, was wir heute tun. Die haben nicht immer Gutes im Sinn. Das haben wir im Verlauf der letzten AZK-Serie gesehen. Und diesmal war Ruhe im Vorfeld. Wie es im Nachhinein wird, hängt im Wesentlichen, denke ich, auch von uns ab, wie wir heute funktionieren und auch danach. Ich möchte ganz grundlegende Gedanken vor dem ersten Referat geben. Wozu braucht es eine AZK? Das ist eine Frage, die man sich eigentlich permanent stellen muss. An die Zensurkoalition, wozu braucht es das? Ich möchte ein pauschales Bild geben, warum es eine AZK braucht. Es geht darum, dass wir in einer Zeit angelangt sind, die ziemlich chaotisch ist. Das brauche ich niemand beweisen. Das werden auch heute die Vorträge, die Einzelnen noch ausreichend dokumentieren. Der Inhalt all des Chaotischen, ich würde meinen, auf allen Ebenen, ganz gleich, von welcher Ebene wir gerade sprechen, der Inhalt alles Chaotischen führt auf einen Machtkampf zurück. Überall tobt ein Machtkampf. Man kämpft um Territorien. So war es schon in den Anfängen vor allem. Man hat um Territorien gekämpft, um Ressourcen. Wem gehört was? Man kämpft um Abgaben. Wer gibt wem was? Wer darf? Wer darf nicht? Das ist das Chaos. Es ist ein einziger Machtkampf. Wer darf wann? Wer darf wie viel? Wer gehorcht wem? Und darin gipfeln alle chaotischen Zustände in dieser Welt. Man könnte auch sagen, die Summe dessen, worin das ganze Chaos besteht, wer hat das Sagen? Es geht immer und einzig letztlich um das, wer hat das Sagen? Eigentlich ein großer Schulhof, diese Welt. Dort beginnt es doch. Welches Schulhof kennt das schon nicht? Ja, welches Klassenzimmer kennt das nicht? Da beginnt es doch. Immer einer muss irgendwo einen Ton angeben, einer muss die anderen versuchen, unter seine Knute zu bringen. Und dazu sind dann schlussendlich alle Mittel recht. Wir bekämpfen das Chaos vom Grund her. Und ich möchte, dass wir ein Prinzip verstehen, wie man das Chaos bekämpft. Und dazu ist die AZK. Ich versuche es am Beispiel der großen Kriege, die jetzt typologisch stellvertretend für alle Kleinkriege stehen. Man kann es dort über die Jahrhunderte mit großen Pindelstrichen mit nachverfolgen, um was es eigentlich geht. Die Welt wird immer cleverer. Die Kriege, die Machtkämpfe werden immer ausgefeilter. In unseren Tagen sind andere Machtfaktoren im Spiel, die das Chaos verursachen, die die Menschen in Bann, in Zwang nehmen, als vielleicht noch vor ein paar tausend Jahren. Wie gesagt, am Beispiel der Kriegsentwicklungen kann man das ziemlich gut nachvollziehen, wie das auch im kleinen Alltag aussieht. Ich habe das noch gar nicht mitgekriegt. Das bin ich. Die Zeit der primitiven Kriege ist vorbei. Im Großen wie im Kleinen. Das war die Zeit, wo man sich einfach mal die Keule über den Kopf haute und sich sagte, was dir gehört, ist künftig mir. Ich habe das Sagen. Das hat sich nicht weit entwickeln können, weil es gibt eine Gegenreaktion. Man wird daraufhin wieder bekämpft. Und doch möchte jeder dann als Gerechter dastehen. Das Chaos, das hier unten herrscht, ist immer, dass einer sagt, ich bin besser als du, ich habe das Sagen und du hast es nicht. Ich habe es darum und du hast es darum nicht. Nun, das mit dem Raubrittertum ist vorbei. Die Zeit der Jankies im klassischen Sinn, wie wir es kennen, zusammen mit den Skalbjägern, die Zeit ist vorbei. Die haben wir überwunden als Menschheit. Aber deshalb sind wir nicht besser geworden. Wir sind nur cleverer geworden. Die Machtfaktoren haben sich verlagert. Wir sind in eine zweite Stufe damals eingemündet. Das war die Stufe, wo man sich einfach sagte, man kommt weiter, wenn man sich als gerecht beweisen kann. Also wie beweist man sich? Man sagt, ich bin neutral, ich werde nie angreifen, ich werde immer der Gute sein, ich werde immer dastehen und mich höchstens verteidigen. Aber weil man eben nur cleverer geworden ist, sagt man das. Viele sagen das. Freilich gibt es auch echte Fälle. Aber ich möchte das Problem von dieser Wurzel her zeigen, damit wir wissen, warum wir heute diese Referate hören. Weil man nur cleverer geworden ist und nicht wesentlich besser, gibt man das vor, als Vorwand, damit jeder weiß, ich bin gerecht, ich bin gut, ich bin in Ordnung. Also wenn was schief läuft, wenn ich angreife, ist es immer begründet. Jetzt braucht man eigentlich nur noch einen Grund, um den anderen zu verklagen, dass er der Schuldige ist. Also man muss dem anderen jetzt nur noch die Schuld in die Schuhe schieben, dann ist die Sache geritzt. Also die Stufe ist auch dann gekommen. Man ist in die Selbstverteidigung übergegangen, hat dem anderen die Schuld in die Schuhe geschoben und dann konnte man wieder angreifen. Aber auch das hat nicht lange Bestand gehabt im Großen und so hat es auch keinen langen Bestand im Kleinen. Weil irgendwann sind ja die Leute nicht auf den Kopf gefallen. Irgendwann weiß die halbe Welt, ich denke, jeder zweite Amerikaner ist davon heute überzeugt, das ist zum Beispiel der 9.11., wir haben das gesehen von Frank Höfer, glaube ich, sogar damals unter falscher Flagge. Heute weiß sozusagen die ganze Welt, dass man hier einen Vorwand geschaffen hat, dass man einen Krieg, also einen Angriff inszeniert hat, damit man einen Grund hat, zurückzuschlagen. Dasselbe sagt man von Perlhabern und von verschiedenen anderen Zeitereignissen. Also man ist nur cleverer geworden. Man hat die Schuld als Gerechter einem Ungerechten zugeschoben. Jetzt ist auch diese Zeit vorbei. Wir sind heute in einer noch clevereren Zeit. Wir sind heute in dieser Zeit angekommen, die sich so gestaltet, dass man auch sich noch nicht mal verteidigt, sondern dass man Hilfe leistet, dass man den Menschen auf die Beine hilft, die Hilfe brauchen. Man sieht das jetzt ganz praktisch im Großen. Ich nehme, wie gesagt, das Große als Bild für das Kleine. Wir können es sehen im Irak, wie hat man Saddam Hussein als atomare Bedrohung für die ganze Welt plötzlich groß hingestellt, im Iran, Ahmadinejad. Wie hat man ihn plötzlich als Gefahr für die ganze Welt dargestellt und im jüngsten Fall von Libyen, Gaddafi, der absolute Schrecken, der Antidemokrat und so weiter. Und so muss man die Bevölkerung schützen. Aber weil das nur wieder cleverer ist, muss man einfach sehen, im Hintergrund werden Dinge getrieben, werden die Volksmassen aufgehetzt. Man macht vor Ort eine Hetzkampagne. Man bezahlt womöglich noch irgendwelche kriegerischen Menschen, die hier stehen mit Waffen. Und dann wird sich eine Regierung verteidigen. Sie wird natürlich nicht zulassen, dass Unruhe ins Land kommt. Und schon hat man einen Grund, die Regierung zu bekämpfen, weil die schießt jetzt ja auf Zivilisten. Verstehst du? Jetzt muss man helfen von allen Seiten, muss man ein Bündnis machen, muss das Ganze umlagern und muss dem ein Ende setzen. Also man bombardiert ein Land zugrunde. Wir haben heute die neue ACZ mitgebracht. Mittlerweile, da kannst du ein nächstes elektronisches Teil reparieren, Entschuldigung. Mittlerweile haben wir zwölf ACZ, also Antizensurzeitungen, hinten auf den Büchertischen. Ich möchte immer wieder darauf hinweisen, wir haben über Gaddafi jetzt einen richtigen Auszug, wo ihr mal sehen könnt, was der Mann in Tat und Wahrheit gelehrt hat. Und wenn man jetzt ausruft, da unten, wir müssen diesem armen Volk helfen, das von diesem Diktator bombardiert wurde, der von diesem Diktator zerschunden wurde. Wir müssen es von diesem Antidemokraten befreien. Dann hat man eben humanitäre Hilfe geleistet sozusagen, man ist da runtergefahren, hat das ganze Land zusammengebombt und sagt, jetzt kann die Demokratisierung beginnen. Lest die neue ACZ-Sonderausgabe, dann könnt ihr mal sehen, wann in Libyen die wirkliche Demokratisierung begonnen hat. Sie ist, die Dinge, die Gaddafi umgesetzt hat, nur um das hier kurz einzuflächen, da sind wir Schweizer wirklich Waisenknaben dagegen. Unsere Demokratie ist nur ein magerer Abklatsch von dem, was er da unten betrieben hat oder aufgebaut hat. Wir haben das in der ACZ dabei. Es geht darum, diese Cleverness, diese Falschheit, diese neue Kriegstaktik, diese neue Art der Kriegsführung zu schlagen. Dazu ist die AZK da. Wenn man das zensurierte, das verdrehte, muss man aufdecken. Nach wie vor wird durch Waffengewalt als letztes Mittel nach der Weltherrschaft gestrebt. Es wird gebombt, es wird gemacht. Aber ich möchte einfach sagen, die viel schlimmeren Waffen dieser Zeit, die schlimmsten Waffen dieser Zeit, heissen Ungerechtigkeit, heissen Lüge, heissen Verschwörung. Die schlimmsten Waffen dieser Zeit, heissen Verleumdung, Verleumdung, Verdrehung, Betrug, das sind die Dinge, die viel schlimmer sind als die Bomben, die darauf folgen. Also müssen wir, das ist der Grund, warum es eine AZK gibt, wir müssen wieder lernen, die Waffen einzusetzen, die am wirksamsten sind, um diesen Chaos, das überall im Großen, im Kleinen, im Kern drin steckt, dem zu begegnen, auf rechter Ebene. Es wäre das Verkehrteste, was man machen könnte, wenn man diese Art, jetzt mit Waffengewalt bekämpfen wollte. Es geht hier um geistige Kriegführung, es geht hier darum, eine Kampfführung, die Ursachen dieses Chaos, die Ursache dieses Wetteiferns, wer hat das zu sagen, dort zu bekämpfen, wo Falschheit sich eingeschlichen hat, wo Ungerechtigkeit sich eingeschlichen hat. Und das ist unsere Botschaft mit der AZK. Wir sagen mit der AZK, nur eine Waffe ist stärker. Im Großen wie im Kleinen. Bis zur kleinsten Familienzelle runter, nur eine Waffe ist stärker und das ist die Waffe des Lichts. Es ist die Waffe der Aufklärung. Es ist die Waffe des Wortes, das wir sprechen. Worte sind absolute Macht, wenn die richtigen Worte sind, auch die falschen Worte sind ein Machtpotenzial. Von daher kommt das alles. Richtige Worte, Worte der Erweckung, der Aufklärung sind Waffen, die diesem ganzen Treiben, egal woher es kommt, ein Yes-Ende bereiten, wenn wir die Waffen richtig einsetzen. Wir setzen sie als AZK in Form von Gegenstimme ein. Wir lassen die da draußen reden, wir gehen nicht hin und legen eine Bombe und sprengen irgendwas in die Luft, wenn uns was nicht passt. Wir sagen nicht, diese TV-Sender oder diese Printstation muss in die Luft, weil die schwatzen Falsches. Nein, wir schwatzen einfach das Richtige. Und wir lernen, das Richtige so lange zu schwatzen, wie sie das Falsche schwatzen. Wir beginnen uns zu vermehren. Wir werden zu einem neuen Volksmedium. Kürzlich hat mir irgendeine Zeitung, Fernseher, die haben mich bestürmt von allen Seiten. Was ist hier Geheimnis? Warum läuft das bei euch so? Was? Wir wollten nicht mal ein Geheimnis wissen. Ist doch super, oder? Du gehst ja auch zu einem feindlichen Heer und sagst dem General dort, würdest du mir mal ein Geheimnis ausklappern? Wie überwindest du mich gerade? Aber wir wissen es. Wir sind das neue Volksmedium. Ihr seid das neue Volksmedium. AZK setzt hier Akzente. Wir beginnen aufzuklären. Durch die Aufklärung werden Dinge zurechtgerückt. Ein Krieg wird gewonnen. Das, was die versuchen durchzusetzen, bricht auseinander, weil das Volk aufgeklärt wird. Es ist nicht mehr so einfach wie vorher, zum Beispiel in Amerika, so am 9.11. zu repetieren. Jetzt wird es schwierig. Das Volk ist aufgewacht. Da waren Männer wie diese Männer heute hier. Ich nenne sie mal Helden. Freimütige. Das ist bescheiden. Ihr seid Helden hier unten. Ihr seid wirklich Helden. Ja. Es war nichts anderes, als dass genau solche Männer, die um ihren Ruf nicht bangten, sich selber nicht schonen, die sind hingestanden, haben einfach mal gesagt, das war ein Inside Job. Punkt. Das musst du mal aussprechen. Da wäre es ja schwindelig, nur schon an sowas zu denken. Das würde ja bedeuten, dass unsere Regierung nicht clean sein könnte. Da hängt ja ziemlich viel dran. Versteht ihr? Da kann man ja den Mut verlieren. Nein, die Männer sind hingestanden und heute redet schon die halbe Nation. Und jetzt schaut man den Herren auf die Finger. Jetzt merkt man immer mehr, Moment, da geht es ja um Eliten. Das sind ja gar nicht die vielen. Die vielen sind nur Opfer von Eliten. Jetzt beginnt sich das Volk, auf Volksmedienart, jetzt beginnt sich das Volk zu schleichen. Wir beginnen neue Medien zu gründen, ACZ, Handmade, oder? Wir beginnen das im Handexpress zu verteilen. Wir beginnen Konferenzen zu machen, aufzuklären. Wir nutzen das Internet, solange es noch möglich ist. Und es geht Schlag auf Schlag. Licht heißt die Waffe. Licht ist die stärkste Waffe, die es gibt. Aufklärung, ja? Und ich möchte es mal mit Naturereignissen vergleichen, damit uns klar ist, was wir hier tun. Licht, das heißt das Wort der Wahrheit, wenn wir Wahrheit sprechen, ist das nicht einfach ein Wort, eine Worthülse, irgendwas, was über unsere Lippen kommt. Es hat eine Wirkung. Und ich möchte es so vergleichen, wie es die Natur uns als Gleichnis gibt. So wie Feuer über Stroh herrscht, die Herrschaft ergreift, chancenlos für das Stroh, so herrscht ein Wort der Wahrheit über ein Wort der Lüge. Versteht ihr? Das ist eine Wirkung. Das ist nicht nur irgendeine Blase. Das ist eine Wirkung, wenn du Wahrheit sprichst, vorausgesetzt, du glaubst sie, du stehst dahinter, du kämpfst darum, dann wird es so sein, Wahrheit in sich als Buchstabe, es wird ein Streichholz, das nützt nichts, so als Buchstabe allein. Aber wenn einer dahinter steht, der sich das ins Herz schreibt, der das über seine Zunge lässt, der das verteidigt, wird das zu einem Feuer, es wird zu einem Brand. Man kann sich nicht dagegen erwehren. Die Macht der Wahrheit ist ein Feuer. Und das Wort der Gerechtigkeit, wenn wir gerecht sind, ein Gerechter ist einem Sturmwind zu vergleichen, der Ungerechte ist einem Spreu zu vergleichen, ist der Spreu zu vergleichen. Versteht ihr? Das sind Realitäten. Wenn du im Herzen ein gerechter Mensch bist und für das Gute in Gerechtigkeit kämpfst, in wirklicher Gerechtigkeit, dann bläst es von dir aus. Und wer dagegen aufsteht, den bläst es einfach weg. Seht, ich erlebe das seit 30 Jahren. Ich erlebe nur Widerstand. Ich bin ja vom Hause her ein Prediger. Ich habe als ganz kleiner Prediger begonnen und habe den größten Fehler begangen, als kleinster Prediger. Ich habe eine Wahrheit gesagt. Das kam schief raus. Wahrheiten verträgt die Christenheit schlecht. Ich rede jetzt mal von den Kirchen, von den Gemeinden, von den Landläufigen. Oh, Wahrheiten vertragen sie schlecht, aber ich war ein Sturmwind. Ich habe gemerkt, alles stellt sich plötzlich gegen dich. Es gibt eine Panik vor dem, was du sagst. Aber schau an, der Wind bläst einfach, wo er will. Da geht er rein. Und von allen Denominationen, von allen Hintergründen sammeln sich Menschen, die wahrheitsliebend sind. Die bläst buchstäblich zusammen und die dagegen aufstehen. Sie haben keine Chance. Wir sind ein Sturmwind. Wer gerecht ist, ist ein Sturmwind. Der Aufrichtige, man kann es auch vergleichen mit einer Wasserflut. Das sind Realitäten, geistliche Wasserfluten. Sobald ein Aufrichtiger den Mund öffnet, ist das wie ein Stromwasser daherkommt. Du kannst es in diesen Tagen oft im Fernsehen sehen, wenn wieder eine Sturmflut kommt, wie jetzt wieder in Bangkok oder auch immer. Das schwemmt einfach alles weg. Aufrichtige werden unaufrichtige wegschwemmen. Sie sind vor uns wie Blei im Wasser. Es sinkt einfach und liegt nachher auf dem Grund und du bist oben und sie sind unten. Verstehst du das? Freu dich doch mal. Bitte. Aufklärung ist Licht über Finsternis. So wie das Licht herrscht über die Finsternis, ist Aufklärung ein Herrschen über Falschheit, über Lüge. Aber Schweigen andererseits ist Finsternis. Wer schweigt zu diesen Dingen, die hier unten laufen, ist ein Teil der Finsternis, unterstützt aktiv die Finsternis in dem, was er tut. Und darum möchten wir Gegenstimme erheben. AZK ist hier, um zu reden. Ihr seid AZK. AZK sind nicht die Herren da unten, das sind nur die Inspiratoren, die Lehrer, die euch das ins Herz legen, in den Mund, was ihr nachher mit nach Hause nehmt und überall verbreitet. Wir müssen zu einer Gegenstimme werden und AZK will ein Schrecken sein hier unten für die Ungerechten. Wenn wir Gegenstimme erheben, sind wir ein Schrecken unter den Nationen, unter den Ungerechten. Ich möchte es so bezeichnen, nicht generell. Die Gerechten werden sich freuen, sie werden jubeln, wenn sie euch hören. Aber die Ungerechten, sie werden erschrecken. Wir haben diese Tage und damit möchte ich diese Vorrede schon beenden. Ich habe diese Tage einen Erfolg feiern dürfen mit unseren Leuten, wo wir gesehen haben, wie Aufklärungsarbeit in Schrecken versetzt. Ich habe diesen Dokumentarfilm von Alfred C. Kinze gedreht, dieser Urvater der Frühsexualisierung und wir haben damit etwas ins Rollen gebracht. Überall begannen auch Parteien in der Schweiz, also politische Parteien, dieses Thema zu übernehmen, Krankenkassen begannen es zu übernehmen. Es flog auf, das Frühsexualisierungsmaterial, also pornografisches Material, bis in Kindergartenalter, bis zu Vierjährigen runter, bereits verpackt verpackt in den Schulen, bereits in den Händen von ersten Lehrern landeten. Als wir aufzuklären begannen, ist das übliche geschehen, man hat dem Widerstand geleistet. Man hat behauptet in den Medien, das sei eine überspannte religiöse Gruppe, die hier irgendwelche Lügen verbreitet. Jetzt war es aber so, dass die grösste politische Partei in der Schweiz davon Kenntnis bekommen hat, sie hat eine Petition eingereicht, das heißt, sie haben in kürzester Zeit, glaube ich, an die 90.000 Stimmen gesammelt und sie haben dazu Vorlagen abgedruckt von diesem Schulmaterial, das an Vierjährige ausgeliefert wurde. Und jetzt während diese Herren von den Erziehungsdirektoren und so weiter behauptet hätten, es wäre eine Lüge, wir würden als frohme Leute hier Lügen verbreiten, schickte eben diese Partei, diese Petitionsunterlagen und diese wurden von der Schweizer Post blockiert mit dem Argument, pornografisches Material darf nicht versandt werden, auf dem Postgesetz berufen, versteht ihr? Seht ihr? Und das gab ein Schrecken, jetzt setzen sie sich zusammen, jetzt haben sie Panik, jetzt erzählen sie überall, es stimmt gar nicht, aber jetzt haben wir sie am Kragen, verstehst du? Wenn der Dieb ertappt wird, wir haben das in diesem Dokumentarfilm festgehalten, sie können jetzt aus dem Internet löschen, was sie wollen, wir haben es im Film, wir haben die Originale, wir haben alles so wie es am Anfang war, wie es geplant war, aber hier ist es nicht genug, hier müssen wir weitergehen, versteht ihr? Das was jetzt hier geschehen ist, das war ein Streich vom Himmel und jetzt haben sie aber Angst, jetzt sind sie im Schrecken und jetzt müssen wir weitergehen. Unsere Macht, müssen wir wissen, liegt auf der Zunge, hier. Jeder Mann, der heute spricht, übt Macht aus, der prägt euch heute, der bringt euch was. Unsere Macht liegt auf dem Papier, nicht in irgendwelchen menschlichen Waffen. Unsere Zunge, das ist auf dem Papier bringen, was wir auf den CDs, auf den DVDs bringen, das ist die Macht, die hier mit der Unordnung aufräumt, aber so muss es sein und darum sind wir hier. Wir rufen euch auf mit diesem heutigen Tag, nicht einfach Zuschauer zu sein, dieser heutige Tag ist dazu da, dass ihr ein Teil der AZK seid, dass AZK zu eurem Lebensstil wird. Wir müssen zusammen ein Netz bilden, der Wahrheit, der Aufklärung, wir müssen zusammen rausgehen und die Lügen vertreiben, und das müssen wir tun als Singles, das müssen wir tun als Ehepaare, das müssen wir tun als irgendwelche Verbände, ein Netzwerk, versteht ihr? Und am allermeisten liegt mir daran, dass wir es als ganze Familien tun. Dazu ist die AZK da, sie möchte ganze Familien entflammen. Nun möchte ich, bevor wir den ersten Referenten hören, euch kurz meine Familie vorstellen, kommt doch schon mal hoch, hoch, wir möchten euch jetzt etwas singen, ich möchte, dass ihr nicht Theorien von uns allein hört, wenn ich sage, als ganze Familie sollen wir das tun, dann sagen sie sich manche, das geht doch nicht mehr in dieser Zeit, meine Kinder, die haben noch was ganz anderes im Kopf und so weiter, ich möchte ihr zeigen, dass es geht. Ich habe elf Kinder für diejenigen, die mich noch nicht kennen, die uns noch nicht kennen, und diese elf Kinder stehen jetzt hier oben, die kommen jetzt da oben, mittlerweile ist noch eine zusätzliche Tochter dazu gekommen, mein ältester Sohn, unser ältester Sohn hat geheiratet, wo bist du, da ist die Elmira, bitte, und wir haben euch ein Lied mitgebracht, das wird begleitet, also mein erstgeborener Sohn wird da am Keyboard sein, eine meiner kleinen Töchter dort, an der Orgel, dann ist noch ein Peter Candinas am Bass, das ist ein Hilfsbasist von außen, das andere ist meine Familie, ich möchte euch damit zeigen, es ist möglich, und wir bieten auch Lehrprogramme an, weltweit, um Familien das zurückzugeben, was sie sind, Familien sind Einheiten, und wenn du diese Einheit in die richtige Richtung schiebst, wenn du die Einheit, wenn du die Leute, die Kinder begeistern kannst für Wahrheit, und die sind sehr, sehr empfänglich für Wahrheit, dann kannst du mit ihnen zusammen Aufklärungsarbeit machen, wie wir es gerade hier tun. Haben wir ein neues Ding? Nein, es ist da. Ich möchte jetzt einfach einen Text vorlesen von dem, was wir singen, währenddem wir hier fertig aufbauen, das Lied hat unser langjähriger Mitarbeiter Johannes Brandli geschrieben, wir haben dann das als Familie, den Gesang übernommen, aber das Lied kommt von ihm, er ist schon mit mir, wie lange arbeiten wir zusammen? 28 Jahre sicher, mindestens 28 Jahre, er ist unser Musikus seit je, er hat die ausgesprochene Fähigkeit, die Dinge, die wir reden, die wir lehren, immer wieder in Lieder zusammenzufassen. Lest doch mal selber, ich nehme hier Bestellung ein. Es ist ein wunderbarer Text, hört ihn zu, es ist eure Ermutigung für das, was hier läuft, was bezwungen werden muss. Vielleicht wäre es dir oft lieber, du könntest leicht glauben und einfach mit der großen Masse gehen. Doch für dich blieben Fragen, die musstest du stellen und manche Antwort ließ dich im Regen stehen. Etwas hin dir gibt Warnlicht, sagt dir, hier passt was gar nicht. Jemand führt uns an der Nase rum. Du hast es dir niemals ausgesucht, wolltest nie der Querkopf sein, hast schon fast den Instinkt verflucht, doch unterdrück ihn nicht, oh bitte nein. Denn die Völker warten nur auf dich, sie sind angewiesen auf dich. Ja, die Massen werden überzeugt und sie wenden sich alle zu dir, denn Gerechtigkeit siegt. Du siehst die Welt voller Ungerechtigkeit, doch fühlst dich ohnmächtig und schwach. Für dich wäre es viel leichter, von all dem einfach wegzuschauen, doch etwas in dir gibt so leicht nicht nach. Etwas in dir treibt dich an, dagegen aufzustehen. Etwas in dir treibt dich an, wie David gegen Goliath. Etwas in dir treibt dich an, für Wahrheit und Gerechtigkeit zu stehen. Etwas in dir treibt dich an, ein Held zu sein. Etwas in dir treibt dich an, dagegen aufzustehen. Etwas in dir treibt dich an, weil Gerechtigkeit siegt. Etwas in dir treibt dich an, für Wahrheit und Gerechtigkeit zu stehen. Etwas in dir treibt dich an, und es ist nicht nur in dir, es ist nicht nur in dir. Etwas in uns treibt uns an, dagegen aufzustehen. Etwas in uns treibt uns an, wie David gegen Goliath. Etwas in uns treibt uns an, für Wahrheit und Gerechtigkeit zu stehen. Etwas in uns treibt uns an, weil Gerechtigkeit siegt. Vielleicht wär's dir oft lieber, du könntest leicht glauben und einfach mit der grossen Masse gehen. Doch für dich blieben Fragen, die musstest du stellen und manche Antwort ließ dich im Regen stehen. Etwas in dir gibt Wahrheit, ich sag dir, hier passt was gar nicht. Jemand führt uns an der Nase rum. Du hast es dir niemals ausgesucht, Wolltest nie der Querkopf sein, hast schon selbst fast den Instinkt verflucht. Doch unterdrück ihn nicht, oh bitte nein. Nein, denn die Völker warten nur auf dich. Sie sind angewiesen auf dich, ja auf dich. Ja, die Massen werden überzeugt und sie wenden sich alle zu dir. Denn Gerechtigkeit siegt, ja Gerechtigkeit siegt. Du siehst die Welt voller Ungerechtigkeit, Du fühlst dich, oh mächtig und schwach. Für dich wär's viel leichter, bei all dem Weg zu schauen. Doch etwas in dir gibt's so leicht nicht nah. Etwas in dir treibt ich an, dagegen aufzustehen. Etwas in dir treibt ich an, wie David gegen Goliath. Oh, etwas in dir treibt dich an, für Wahrheit und Gerechtigkeit zu stehen Oh, etwas in dir treibt dich an, ein Hell zu sein Oh, etwas in dir treibt dich an, dagegen auch zu stehen Oh, etwas in dir treibt dich an, weil Gerechtigkeit siegt Oh, etwas in dir treibt dich an, für Wahrheit und Gerechtigkeit zu stehen Oh, etwas in dir treibt dich an, und es ist nicht nur in dir Oh, etwas in dir treibt dich an, dagegen auch zu stehen Oh, etwas in dir treibt dich an, für Wahrheit und Gerechtigkeit zu stehen Oh, etwas in dir treibt dich an, für Wahrheit und Gerechtigkeit zu stehen Oh, etwas in dir treibt dich an, weil Gerechtigkeit siegt Oh, etwas in dir treibt dich an, weil Gerechtigkeit siegt Das ist meine Familie, ich liebe sie Ich kann nie im Alltag an einem von ihnen vorbeigehen, ohne es nicht zu küssen Glaub mir das, ob das meine Frau ist, oder meine kleinste Tochter, oder mein ältester Sohn, oder wer auch immer Ich kann nie an ihnen vorbeigehen, ohne sie zu küssen Das ist, weil sie wunderbare Menschen sind Jetzt kommen wir aber zu anderen wunderbaren Menschen Ich bin ein aber ausgesprochen, ohne sie zu küssen